Das Wichtigste gleich vorweg. Beim Filmen das Smartphone nie in der vertikalen halten, sondern immer in der horizontalen. Handyvideos sind bekanntlich leider oft etwas verwackelt, weil die Geräte sehr leicht sind und jede Bewegung der Hände oder Arme direkt auf das Gerät übertragen wird. Zwar kann man die ganze Sache etwas stabilisieren, indem man die Arme beispielsweise am Körper oder auf einer Unterlage abstützt, aber ganz ohne Wackler wird es auch so nicht gehen. Die klassische Variante zur Bildstabilisierung sind Foto- oder Videostative, die es in diversen Grössen gibt. Die Kamera schnell und günstig stabilisieren kann man mit einem Schnurrstativ. Dafür nimmt man eine möglichst starke Schnur und bindet die beiden Enden zusammen. Dann fixiert man die Schnur am Smartphone und steigt mit den Füssen in die untere Öffnung. Die Höhe verschiebt man, indem man die Füsse entweder weiter auseinander oder näher zusammenstellt. Am flexibelsten ist man in Sachen Bewegung mit einer Steadicam. Mit einer Steadicam wird die Kamera während der Bewegung mit Hilfe von Gewichten im Lot gehalten. Es braucht zwar etwas Übung, um damit umgehen zu können, aber meist dauert es nicht allzu lange, bis man erste Erfolge verbuchen kann. Und last but not least gibt es auch noch sogenannte Dollys. Das sind quasi Stative auf Rädern, die man für Fahrten einsetzt. Wichtig ist bei Aufnahmen mit Dollys ein stabiler und ebener Untergrund. Das ist ein stabiler Typ. Untertitelung des ZDF für funk, 2017